Das muss viel Energie verbraucht haben. Der Fatomobin sollte jetzt schwächer sein. Das ist unsere letzte Chance, Infinite zu besiegen. Alle Schiffe, unterstützt Sonic und die anderen. Gebt ihnen Rückendeckung und lenkt den Pfeil ab. Alle Mann, behalten die Flughöhe bei uns fliegt in Wichterformation. Sonics Team ist unsere letzte Hoffnung. Wir mussten sie schützen. Eine feindliche Streifung freiert sich. Wir geraten wurden im Schuss. Behaken sie in Augen, falls sie nicht zu nahe kommen. Jene gewonnene Sekunde zählt für Sonic. Schiff 3 wurde an den Brücken getroffen und fliegt zurück. Schiff 7 wurde außer Gewicht gesetzt. Evakuiert das Flaggschiff! Alle waren von Bord! Frank, entschuldige Sonic. Wir haben getan, was wir konnten. Viel Glück da draußen. Ihr habt sehr geholfen, wie Sie über das Rüsteln hättet. Ja, das ist meine Frage, der Wichterblick, nicht so. Sie sehen, wie Sie sind. Wir haben uns nicht einmal geholfen, dass wir sie freiwillig gemacht haben. Ja, wir haben uns nicht mehr geholfen. Untertitelung des ZDF, 2020